Hallo und willkommen bei Hartzverrat. Da es seit Sommer ist und es ziemlich oft ziemlich warm werden kann, habe ich hier mal 5 Tipps für euch, wie ihr den PC besser und leiser kühlen könnt. Viel Spaß! Tipp Nummer 1 ist natürlich ein besserer CPU-Kühler. Das wird jetzt vor allem die Leute betreffen, die noch einen Boxkühler verbaut haben, beziehungsweise einen ganz kleinen Standard-CPU-Kühler, der direkt vom Hersteller verbaut wurde. Hierbei muss es aber nicht wirklich ein riesengroßer CPU-Kühler für 70, 80 Euro oder eine Kompakt-Wasserkühlung werden, das geht auch günstiger. Das teure Zeugs ist eher zu empfehlen für die, die übertakten wollen. Für alle, die nicht übertakten wollen, beziehungsweise auch erst gar nicht übertakten können, brauchen gar nicht so große. Hierbei würde ich den CPU-Kühler je nach TDP empfehlen. Bei Intel-Prozessoren mit bis zu 60 Watt reicht der Boxkühler auf jeden Fall aus. Das sind dann meist i3s oder noch schlechtere wie Pentium oder Celeron. Bei AMD wird bei den Dual-Cores, beim Sockel FM2 Plus und FM2 ein nicht allzu guter Kühler mitgeliefert. Für diesen wäre zum Beispiel eine Alternative ein Arctic Alpine 64 Pro in der Revision 2, gibt's ab K 7,50 Euro. Aber aufpassen, dieser passt nur auf AMD-Sockel. Oder mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, der LC-Power Cosmocool LC-CC95. Diesen gibt es ab ca. 9,50 Euro. Also, falls ihr merkt, eure CPU taktet sich herunter, weil sie zu warm wird oder der Kühler ist viel, viel zu laut, dann sind die beiden Kühler bei Dual-Cores auf jeden Fall Alternativen. Und praktisch ist bei beiden, der Einbau ist kinderleicht, also auch für PC-Anfänger gedacht und Wärmeleitpaste ist gleich mitgeliefert. Bei CPUs von 60 bis 90 Watt empfielen sich die ersten 120 mm Tower-Kühler. Da gibt es zum Beispiel den LC-Power Cosmocool LC-CC120 ab K 19,50 Euro oder den etwas besseren EKL Alpenfön Ben-Navis ab K 22 Euro. Für die Prozessoren ab 90 bis 130 Watt empfehle ich die etwas größeren 120 bzw. 140 mm Kühler. Beispiele hierfür wären zum Beispiel der Big White Shadow Rock Slim für K 37,50 Euro oder der EKL Alpenfön Brocken 2 für K 38,50 Euro. Bei jedem Kühler natürlich aufpassen, dass er auch wirklich ins Gehäuse reinpasst. Bei Prozessoren mit über 130 Watt, das werden wohl meistens die Intel 6-Kerner sein, muss man natürlich eine sehr, sehr starke Kühllösung finden. Aber die Gruppe von PC-Besitzern, die solche Prozessoren verbaut hat, wird sich da wohl vorher drüber schon Gedanken gemacht haben. Auf die trifft das Video eher weniger zu. Die Kühler, die ich gerade eben empfohlen habe, sind natürlich alle mehr als ausreichend für die Prozessoren, vielleicht sogar etwas zu stark. Allerdings ermöglichen genau diese bei 30 Grad Zimmertemperatur beim Gaming einen kühlen und leisen Betrieb. Der zweite Tipp ist die Grafikkartenkühlung. Die Grafikkarte ist das, was im Gamer-PC die meiste Abwärme erzeugt und auch oft das Lauteste ist. Es gibt Alternativkühler für Grafikkarten, zwar nicht allzu viele, aber es gibt sie. Doch es macht nicht immer Sinn, sie zu kaufen. Gerade bei älteren Grafikkarten, die gerne mal mehr als 200 Watt schlucken und einen viel zu kleinen Kühler haben, lohnt es sich, diese Grafikkarte zu verkaufen und dafür für einen Aufpreis ein nächst neueres Modell mit der gleichen Leistung zu kaufen. Also nehmen wir mal an, man hat die R9 290 im Referenzdesign. Diese ist nämlich sehr, sehr laut. Diese kann man derzeit für rund 160 Euro bis 170 Euro noch verkaufen. Für einen Aufpreis, der so groß ist, wie ein guter GPU-Kühler für eine R9 290 kostet, bekommt man dann auch eine entsprechende Grafikkarte. Zum Beispiel eine gebrauchte GTX 1060 oder RX 480. Diese sind deutlich leiser und brauchen viel weniger Strom als eine R9 290. Falls die Grafikkarte aber schon von der neuesten Generation ist, kann man sich natürlich einen GPU-Kühler kaufen. Damit wird sie dann im Regelfall deutlich leiser. Da aber bei verschiedenen Grafikkarten nur verschiedene Kühler passen, kann ich hier keine Empfehlungen aussprechen. Wichtig ist allerdings, die Größe macht's. Tipp 3 ist die Gehäusebelüftung. Hier kommen die Möglichkeiten natürlich ganz stark darauf an, welches Gehäuse ihr habt. Je mehr Lüfterplätze ihr habt, desto größer die Auswahl natürlich. Außerdem kommt es auf die Größe der Lüfterplätze an, welche Lüfter man verbauen sollte. Ich würde jetzt gar nicht groß anfangen mit Überdruck und Unterdruck. Ich finde es am wichtigsten, einfach einen guten Airflow zu schaffen. Und der Airflow, der er am meisten bringt, ist der von vorne nach hinten. Also die Lüfter vorne unten saugen an und die Lüfter hinten oben blasen wieder raus. Je nachdem, was euer Gehäuse bietet, sind folgende Konfigurationen zu empfehlen. Vorne ein Lüfter, hinten ein Lüfter. Vorne zwei Lüfter, hinten ein Lüfter. Vorne ein Lüfter, hinten zwei Lüfter. Vorne zwei Lüfter, hinten zwei Lüfter. Lüfter an Seite oder Gehäuse Boden bringen nur wenig mehr, dafür aber mehr Lautstärke. Auch dann bleibt natürlich noch die Frage, welche Lüfter man verbauen sollte. Lüfter mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis befinden sich im mittleren Preisbereich, das heißt 5 bis 10 Euro. Beispiele hierfür sind die Bitfenix Spectre, die Be Quiet Pure Rings 2 oder auch die EKL Alpen für den Ring Boost 2. Messbar haben die Lüfter zwar Unterschiede, allerdings in Realität wird man diese kaum bemerken können. Das sind alles grundsolide Lüfter, die man alle verbauen kann. Doch da fragt sich noch, welchen Anschluss die Lüfter haben sollen. 4-Pin PWN oder 3-Pin DC? Hier sollen wir nachschauen, wie das Mainboard regeln kann. Wenn das Mainboard via PWM regeln kann, sollte man auch PWM-Lüfter kaufen. Wenn das Mainboard über DC regeln kann, kann man auch DC-Lüfter kaufen. Wenn man nicht weiß, wie das Mainboard regelt, dann kaufen sie sich einfach PWM. Weil PWM-Lüfter lassen sich entweder über PWM oder über DC regeln. Apropos Regeln, jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 ist, die Lüfter richtig zu steuern. Und dafür ist, wie ich finde, die externe Lüftersteuerung eine der schlechtesten Wahlen. Denn hier muss man die Lüfter immer selber über die Rädchen steuern. Besser geeignet dazu ist die automatische Steuerung übers Mainboard. Das lässt sich bei aktuellen Mainboards ganz einfach im UE4 einrichten. Bei besseren Mainboards hat man da sogar noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Man kann eine Lüfterkurve anlegen, die individuell auf die CPU-Temperatur reagiert. Somit werden die Lüfter automatisch aufgedreht, wenn man zum Beispiel am Spielen ist oder ähnliches. Und wenn man nichts macht, dann sind die Lüfter schön leise. Bei manchen Mainboards kann man die Lüfter sogar ganz ausschalten. Bei manchen bietet das Mainboard nicht so tolle Einstellungsmöglichkeiten. Dort hilft aber das Tool SpeedFan. Es ist zwar auch nicht mit allen Mainboards kompatibel, aber mit fast allen, soweit ich weiß. Zu dem Tool gibt es auf jeden Fall genug Tutorials auf YouTube. Mit dem Tool MSI Afterburner kann man auch die Lüftergeschwindigkeit von der Grafikkarte regeln. Dort kann man die Lüftergeschwindigkeit noch ein bisschen fein optimieren, gerade im Idle-Bereich, dass die Grafikkarte dort etwas leiser ist. Oder man lässt sie insgesamt etwas heißer werden, dafür ist sie dann aber leiser. Doch das sollte man nicht bei Grafikkarten tun, die einen variablen Takt haben. Das liegt einfach daran, wenn die Grafikkarte wärmer wird, verbraucht sie auch mehr Strom. Das heißt, es wird schneller der maximale Stromverbrauch erreicht, wo sie wieder runter taktet. Das bedeutet, wenn man seine Grafikkarte wärmer werden lässt, wird sie auch etwas schwächer. Es sei denn, man erhöht den maximalen Stromverbrauch etwas. Dann wird sie aber insgesamt nicht wirklich arg leiser. Außerdem hat es dann natürlich noch Auswirkungen auf das Gesamtsystem, zum Beispiel kann dadurch das Netzteil lauter werden. Und es ist mehr Abwärme im Gehäuse. Also am besten die Grafikkarte nur etwas wärmer werden lassen, wenn sie keinen variablen Takt, also meist kein Turbo hat. Und nun der letzte Tipp, das Undervolting. Undervolting ist, die Komponente mit weniger Spannung zu betreiben, aber bei gleicher Leistung. Das geht zum Beispiel wunderbar beim Prozessor. Dazu muss man ins BIOS oder UEFI gehen. Auf den Punkt mit der Prozessorspannung ist meist bei den Übertakteinstellungen. Wenn euer Mainboard keine Einstellung für die Prozessorspannung hat, dann kann man das natürlich nicht machen. Bei mir kann man zwischen verschiedenen Modi auswählen, nämlich zwischen der fixen Spannung und der Offset-Spannung. Bei der fixen Spannung gibt man die Spannung selber ein. Wenn man wissen möchte, welche Spannung der Prozessor standardmäßig hat, geht man auf CPU-Z, startet Prime95 und schaut sich dann an, welche Spannung der Prozessor hat. Damit man weiß, welchen Ausgangswert man nutzen soll. Und dann geht man einfach immer 0,0005 Volt nach unten. So lange, wie das System stabil ist. Ob das System stabil ist, kann man auch ganz einfach mit 20 Minuten Prime95 testen. Irgendwann, wenn ihr weit genug unten seid, sollte der PC dann mal abstürzen. Und dann geht man wieder eine Spannungsstufe nach oben. Und das ist dann die niedrigste Spannung, die man so haben darf. Für diejenigen, die den Offset zur Auswahl haben, die können auch den Offset-Modus nehmen. Der Offset-Modus ist einfach nur eine Differenz vom Standardwert. Ihr gebt also minus 0,005 ein und dann hat der Prozessor minus 0,005 weniger Volt als standardmäßig. Und da kann man dann auch so weit runter gehen, wie das System halt stabil läuft. Natürlich, 20 Minuten Prime reichen nicht aus für einen endgültigen Stabilitätstest. Aber falls mal das System instabil werden sollte, werdet ihr das auf jeden Fall im Alltagsbetrieb merken. Aber auf jeden Fall, falls ihr vorhabt, euren Prozessor zu undervolten, am besten ein Tutorial anschauen für euer jeweiliges System. Das war jetzt nur eine ganz grobe Beschreibung. Man sollte sich da ausführlicher etwas reinlesen, wenn man das machen wollte. Aber dafür hat man kostenlos weniger Stromverbrauch. Grafikkarte kann bzw. konnte man gut undervolten. Mit dem Tool MSI Afterburner kann man nämlich auch die Spannung verstellen. Bloß bei neuen Grafikkarten mit Turbo sieht es natürlich mal wieder schlecht aus. Bei so gut wie allen lässt sich keine Spannung niedriger als der Standardwert einstellen. Jedenfalls über solche Tools wie MSI Afterburner. Und wenn man das machen würde, würde es auch Probleme mit dem Turbotakt geben. Die einzige Alternative, wenn die Grafikkarte wirklich zu laut wird, wäre das Power Limit runterzuschrauben. Aber, naja, dann hat man halt auch weniger Leistung. Wer aber auf etwas Leistung verzichten kann, zum Beispiel 5% weniger Power Target, der hat dann eine kühlere und leisere Grafikkarte. So, das war's dann jetzt aber auch mit dem Video. Das Video war jetzt etwas mehr oberflächlich, war so allgemein gesagt, was man alles tun kann, um den PC besser zu kühlen. Ist halt auch mehr etwas für die Hardware-Einsteiger gedacht. Es wäre trotzdem nett, wenn die Leute, die auch schon alles wussten, einen Daumen nach oben dalassen. Kritik wäre auch super hilfreich. Außerdem, ich habe die Links zu hier vorgestellten Hardware und Tools in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.